Wie also jetzt die stille Enteignung von Ihnen bzw. Ihrem Geld und meinem Vermögen passiert bzw. warum Sie uns alles nehmen möchten, darüber möchte ich heute mit Ihnen in diesem Video sprechen. Es sei an der Stelle gesagt, es merkt mittlerweile fast jeder und ich glaube, das merkt man auch in Gesprächen mit seinem Umfeld, dass etwas ganz gewaltig in unserer Politik, vor allem in unserer Geldpolitik läuft. Ich habe vor kurzem einen Livestream der Bundesregierung beobachtet, da ging es darum, dass Frau Merkel mit einigen Polizisten kommuniziert hat, wo es eben in den Alltag ging, wo man Fragen im Alltag beantworten sollte und wo Frau Merkel auch Stellung nehmen sollte zu dem, was den Polizisten passiert. Und dieser Livestream hatte sage und schreibe 8000 Daumen runter und 400 Daumen hoch. Und wenn unsere Medien uns weiter versuchen zu suggerieren, wie beliebt unsere Politik ist oder der Kopf unserer Politik, dann beginne ich langsam zu zweifeln. Und auch Frau Christine Lagarde hat es ja schon mehrfach angesprochen, das große Ziel ist in dem Fall das elektronische Geld, der elektronische Euro, der im nächsten Jahr mit den ersten Testballons starten soll. Was das jetzt aber alles mit der Enteignung zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Worum es jetzt also geht, ist, dass wir als Beispiel das SAG-Gesetz herannehmen möchten, wo es darum geht, dass beispielsweise Bankguthaben saniert und abgewickelt und auch entsprechend enteignet werden können. Was jetzt passiert, die Rettungsmaßnahmen und zwar die Rettungsmaßnahmen des Gastronomiezweiges, der Eventbranche und weiterer Branchen ist natürlich dahingehend gerechtfertigt, wenn man selbst betroffen ist. Aber auch das ist eine Art der Enteignung der Bevölkerung, die immer noch Steuern bezahlt bzw. die jetzt von der Krise nicht massiv betroffen ist. Das mag sehr hart klingen. Andere Länder haben zum Beispiel nur 20% des Umsatzes bezahlt. Olaf Scholz, unser Finanzminister, sagt, 20% vom Umsatz ist viel zu wenig. Statt dass wir denjenigen den Gewinn oder einen Teil des Gewinnes bezahlen, zahlen wir halt einen riesigen Teil vom Umsatz über 70%, liebe Zuschauer. Das ist purer Wahnsinn, darüber muss man mal nachdenken und daran sieht man auch, dass der Finanzminister wahrscheinlich aktuell nicht in der Lage ist, aufgrund des Druckes der Medien überhaupt noch zu rechnen. Man möchte natürlich es allen recht machen und jetzt merkt man schon, wie unsere Bürokratie wieder zurückschlägt. Es wird schon darüber gesprochen, dass erst im Frühjahr 2021, frühestens ab Januar, diese Gelder ausbezahlt werden. Denn diejenigen Unternehmen, die das so lange gar nicht überleben, haben dann eben in den sauren Apfel gebissen. Aber was wichtig an der Stelle zu sagen ist, wir als Edelmetallhändler haben natürlich einen gewissen Schutz für genau dieses Problem und zwar genau für diese Enteignung. Das sind nun mal Gold und Silber. Wir möchten heute aber darüber sprechen, mit welchen Produkten sie explizit bzw. mit welcher Art von Produkten sie sich von so einem Enteignungsszenario, dass beispielsweise der Staat sagt, wir gehen an ihre Sparguthaben oder wir nehmen ihnen auf ihr Immobilienvermögen oder auf ihr Sparvermögen einen gewissen prozentualen Steuersatz ab. Oder wir nehmen den Aktienbesitzern in Zukunft einfach die Einkommenssteuer und nicht mehr die Kapitalertragssteuer ab. All das sind Möglichkeiten, die in Zukunft anstehen werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das rächen wird, dass wir in der Krisenphase die Mehrwertsteuer senken, um den Konsum anzukurbeln, gleichzeitig aber Maßnahmen bringen, dass die Menschen nicht mehr in den Innenstädten einkaufen können. Es ist nur noch hirnrissig, was die Regierungen in der aktuellen Situation machen. Tut mir leid für diesen Ausdruck, liebe Zuschauer. Ich bin der Überzeugung, dass es jetzt an der Zeit ist zu handeln. Wir haben oft die Frage, welche Art von Produkten, Herr Kettner, eignen sich denn hervorragend, dass ich vielleicht im Falle eines Goldverbotes nicht betroffen bin oder nicht so stark betroffen bin. Eins sei gesagt, Silber hatte nur ein einziges Verbot in der Geschichte. Das war unter einem chinesischen Kaiser über 1000 Jahre schon zurück. Danach haben wir nie ein Silberverbot gesehen. Also Silber ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Invest, wenn es darum geht, nicht von einer Enteignung betroffen zu sein. Auf der anderen Seite eignen sich auch historische Münzen. Da geht es auch um Goldmünzen. Wichtig ist, dass sie nicht vor dem 19. Jahrhundert produziert wurden. Aber wenn sie vor dem 19. Jahrhundert produziert wurden, sollten sie unbedingt darauf achten, dass sie eben steuerbefreit sind. Neben Silber eignen sich auch historische Produkte wie Münzen aus Gold, die entsprechen wie der Freneli oder die Münzen aus dem Deutschen Kaiserreich. Heute kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr sind, mit denen man aber trotzdem eben ein ehemaliges kursfähiges Zahlungsmittel besessen hat. Sogenannte Kurantmünzen. Mit diesen Kurantmünzen lässt es sich im Krisenfall super tauschen. Und erfahrungsgemäß wurden genau diese Münzen in den Goldverboten ausgenommen, weil es sich um Sammlermünzen bzw. historische Münzen handelt. Auch Sammlermünzen, also Münzen mit einer Limitierung, die entsprechend als Sammlerstücke eingestuft werden, können eine tolle Chance bieten. Egal ob im Gold oder Silber, weil auch Sammlerstücke wurden im Falle eines Goldverbotes immer ausgenommen. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt also auch im Gold- und im Silbersegment Nischen, wenn man Angst vor einer Enteignung am Gold- oder am Silbervermögen hat, liebe Zuschauer. Es wird nun also immer wichtiger zu handeln und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr sozialistische Verhältnisse in unserer Gesellschaft spüren werden und dass der Druck von denjenigen, die nichts besitzen, an denjenigen, die etwas besitzen, durch die Medien massiv geschürt wird. Wenn wir uns anschauen, wie die Medien die aktuelle Pandemie bzw. die aktuelle Maßnahmen für gut hinstellen und wenn derjenige, der anfängt darüber nachzudenken, gleich klein gemacht wird, dann merkt man auch, wo die Reise hingehen soll. Es geht immer mehr darum, dass ganz wenige Eliten viel besitzen und der kleine Sparer oder der Mittelständler oder derjenige, der sich eben in seinem Leben einen gewissen Komfort aufbauen konnte, das auch nicht mehr besitzen soll. Auch Klaus Schwab hat es ja schon mehrfach gesagt, das World Economy Forum plant auch, dass im Jahr 2030 niemand mehr was besitzen soll und auch das ist ein Indiz dafür, liebe Zuschauer, wo die Reise hingeht. Es geht also jetzt darum, dass Sie den Fokus auf Vermögensabsicherung und nicht mal auf Vermögensaufbau oder große Wertsteigerungen legen. Es geht für Sie darum, dass Sie in Zukunft einfach nur einen Weg finden, wie Ihr hart erarbeitetes Geld zu einem gewissen Prozentsatz in Gold und Silber in Sicherheit gebracht wird und wann der richtige Zeitpunkt ist, das dann wieder zu veräußern, darüber sprechen wir in einem weiteren Video, weil diese Frage kommt sehr häufig. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, wenn Sie das interessiert, klicken Sie die Glocke und folgen Sie den nächsten Videos, dann werden wir auf diese Frage eingehen. Ich freue mich, Sie bald wieder zu sehen. Machen Sie es gut und tschüss.